Also, nach einem langen, langen Spaziergang habe ich wieder mal ein bisschen Hunger und überlege, was ich nachher koche. Ich denke, ich koche nachher mal wieder. Ich brate wieder mal Fisch. Dazu gibt es Spargel und die Kartoffeln, die ich noch gekauft habe, noch irgendwo übrig ist. Jetzt kann ich auch wieder Kartoffeln kochen. Also, Fisch mit Spargel und Kartoffeln werden wir heute nicht schlecht zum Abendessen. Und danach gib einen Fernseher an. Schön, ne? Schön. Schön, ich sehe, ja? Natur pur. Mann, ey, ich weiß gar nicht, wie lange ich soll nicht hier draußen. Also, ein langer, ein langer Spaziergang. Das ist für mich schon sehr lang schon, eine halbe Stunde. Also, see you all later, alligator. Okay, ja. Und ich zeige euch nachher mal, was ich koche, ja? Und dann gib einen Fernseher an. Bye, bye!